Du bist Elektrorollstuhlfahrer oder Aktivrollstuhlfahrer? Dann komm am 19. August zu unserem Reha Campus Sommerfest. Ja, was soll ich sagen? Es ist ein ganz, ganz tolles Fest. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. So viele unterschiedliche, tolle Leute kennengelernt. Und es ist für jeden was dabei. Jedes Fest ist mega cool. Man kann alles Mögliche ausprobieren. Man trifft viele interessante Menschen. Rahm. Wir schaffen Lebenswerte. Man trifft einem Film nach Von Ahākau girdنت ihn, Sie dieổsten Nivea. Bis zum nächsten Mal. Wir gefressen